Es geht auch an diesem Sonntag um den siegreichen Glauben. Glaube lässt gewinnen. Glaube nimmt ein, was Gott verheißen hat. Glaube schafft Überwindung über das Böse, das uns ja täglich begegnet. Darum haben wir im Wochenspruch ja gelesen, dass der Glaube der Sieg ist, der die Welt, das Böse überwunden hat. In Jesus Christus ist alles vollkommen schon fertig. Allerdings diese Erfahrung, dass alles fertig ist, kann nur durch den Glauben gemacht werden. Ich möchte uns einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium lesen, Kapitel 17, wo es um die Begegnung mit Menschen ging, die Jesus hatte. Menschen, die ausrufen mussten, dass sie unsauber, unrein sind und dass sie doch nach einem Weg suchten, rein zu werden. Es heißt dort, es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegnete ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Und er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Der Apostel Johannes, von dem wir ja bereits schon den Wochenspruch hörten, darf mit Recht schreiben. Wir haben erkannt und wir haben geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir haben geglaubt die Liebe. Und dadurch, dass wir geglaubt haben, haben wir sie erfahren. Nämlich die Liebe, die uns Menschen aus dem ewigen Verderben von dem Weg des Abgrunds zum Abgrund zurückgezogen hat. Die Liebe, die uns aus dem Zugriff der Hölle des Satans befreit hat. Die Liebe, die unsere Verfehlungen, unsere Sünden getilgt hat. Wir haben erkannt diese Liebe, die Gott zu uns hat. Und wir haben sie geglaubt, dass es so ist. Liebe Geschwister, es ist ja zweierlei. Einmal daran zu denken, dass Gott Liebe ist und zum anderen zu glauben, dass diese Liebe mir gilt. Oftmals denken wir ja, sie gilt nur anderen. Bloß in meiner Situation ist Gott einfach nicht da. Er hat mich offenbar nicht lieb. Nein, wenn wir glauben, dass Gott sein Werk an uns vorbereitet hatte in seinem Sohn Jesus Christus. Dann werden wir auch die Erfahrung machen, dass er selbst in den dunklen Tälern und dort in den schwierigen Situationen des Lebens bei uns ist. Er hat nur Gedanken des Friedens für uns und mit uns. Ja, wir sollen erlöst sein von den Dingen, die uns nach unten ziehen. David, von dem wir ja auch schon den einleitenden Psalm hörten, sagt zum Beispiel, dass diese Niederung, aus der er erlöst werden wollte, eine grausige Grube ist. Sie ist grausig. Psalm 40, Vers 3. Und will unbedingt aus der grausigen Grube heraus. Das Leben ist so schwierig. Das Leben ist so destruktiv. Ich brauche Hilfe. Dazu ist Jesus gekommen. Und Johannes schreibt auch weiter, diese Liebe steht darin ganz fest, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Das wäre keine beständige Liebe von vornherein, wenn wir versuchten, Gott zu lieben und somit seine Geschenke zu uns herabzuziehen. Sondern die Liebe steht darin fest, dass er uns zuerst geliebt hat. Er uns und dadurch befähigt hat, dass wir auch wieder lieben können. Wenn die Verbindung darauf bestehen müsste, dass wir Gott lieben, dann würde sie ständig zusammenkrachen und hätte keine gute Zukunft. Gott hat uns zuerst geliebt. Und das sehen wir in der Einleitung zu diesem Textabschnitt, dass Jesus Christus, bevor er diesen Aussätzigen begegnete, auf dem Weg der Liebe nach Jerusalem war. Jerusalem, nicht von ungefähr, wurde angesteuert, weil es der Ausdruck des Friedens ist. In diesem Wort Jerusalem steckt das Wort Schalom, Friede, drin. Deswegen ging Jesus an den Ort des Friedens, um den Frieden für uns, zwischen Gott und uns, aufzurichten. Er war auf diesem Weg, für alle diesen Frieden zu geben. Durch Vergebung der Schuld, durch Vergebung der Sünden in seinem Opfer, in seiner persönlichen Hingabe für dich und für mich, ging er nach Jerusalem. All das war im Vorfeld dieser Begegnung schon in den Gedanken Jesu. Ich gehe nach Jerusalem. Ich gehe an den Ort des Friedens, um Frieden für alle Menschen mit dem himmlischen Vater zu bewirken. Denn er kam in das Fleisch, Gottes Sohn ins Fleisch, um diesen Frieden zu bringen. Er wollte uns diese Gnade der Vergebung darreichen. Und aus seiner Fülle sollten wir und dürfen wir immer wieder aufs Neue schöpfen. Und von dieser Freude, dass Gott an uns gedacht hat und an uns denkt, durfte durch den Heiligen Geist zum Beispiel der Vater des Johannes des Täufers reden. Er spricht unter anderem hier in Lukas 1 davon und sagt, ich lobe den Herrn, den Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Er hat es getan, obwohl Zacharias das ja noch gar nicht sehen konnte. Aber der Glaube sah weiter und er hat im Glauben gesagt, du hast besucht und erlöst. Erlöst dein Volk. Es ist schon fertig. Und du hast uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus deines Dieners David. Wie er vor Zeiten schon geredet wurde durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Diese Glaubensprophezeiung sagte nicht nur, dass wir von äußeren Schwierigkeiten und den äußeren Feinden erlöst sind, so wie Israel damals unter der römischen Herrschaft stand, sondern von den Feinden, die uns in den Abgrund ziehen. Von dem Feind der Sünde, von dem Feind der Furcht, von der Belastung, die uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Die Seele ist unruhig, weil sie keinen Frieden mit Gott hat. Und von all diesen Feinden, die diesen Frieden stören mit Gott, sind wir in Christus erlöst. Das wurde hier in der Weissagung schon ausgedrückt. Wir Menschen sollen frei von Furcht sein, frei von der Furcht des Todes. Denn in der Furcht des Todes ist man ein Geknechteter. Ein Geknechteter, der nie freudig aufblicken kann, der immer nach unten schauen muss, der immer das Negative bewegen muss, der keine Freudigkeit hat, nur das Gute zu entdecken, sondern bleibt ständig an den Niederungen dieser Welt stehen. Das löst Furcht aus. Und von dieser Furcht sind und sollen wir erlöst sein und bleiben durch Jesus Christus. Darum ging er nach Jerusalem. Denn im Hebräerbrief steht ja, alle, die auf diese Erlösung warteten, die Gott verheißen hat, wurden befreit von der Furcht des Todes. Denn sie waren Knechte darin. Sie fürchteten sich jeden Tag, jeden Tag, was da kommen mag. Nicht nur vor dem Abscheiden aus dieser Welt, sondern auch darüber, was danach kommen könnte. Wo werden wir sein? Wo werden wir einmünden? Meine Beziehung zum lebendigen Gott ist nicht so, dass ich sagen kann, ich gehe zu ihm. Jesus Christus kam auf dem Wege nach Jerusalem mit diesem Wunsch im Herzen, uns zu befreien von allen Feinden und von der Furcht des Todes. Denn Furcht hat Pein. Jerusalem hat Gott deswegen erwählt, weil er hier seinen Frieden offenbaren wollte. Es steht ja in der Schrift, dass Gott selber Jerusalem erwählt hat, gesagt, das ist meine Stadt. Wir lesen das unter anderem in Zachariah 3, Vers 2, wo der Engel des Herrn mit dem Widersacher schimpft und sagt, du sollst das Werk Gottes nicht verhindern. Der Herr schelte dich, du Satan. Der Herr, der Jerusalem erwählt hat, der den Frieden wünscht, den Frieden unter den Menschen, den Frieden zwischen Mensch und Gott. Dem Widersacher gefällt es nicht, wenn ein Mensch wiederhergestellt wird und in die Verbindung mit dem lebendigen Gott, seinem Schöpfer, kommt. Dem Widersacher gefällt es nicht, wenn Gott sein Volk Israel wieder zusammenführt, um sich diesem Volk neu zu offenbaren. Dem Widersacher gefällt nicht, wenn jemand befreit wird von seiner Schuld, von seiner Sünde und das ewige Leben als Zuspruch empfängt. Darum steht er uns oft im Wege. Aber wir sollen glauben und davon handelt auch dieser Text. Glaube befreit. Glaube richtet die Herrlichkeit Gottes in uns auf. Glaube gibt uns die Erlösung, die Gewissheit, wir sind erlöst. Im Psalm 137 spricht der Psalmsänger auch darüber, dass es wichtig ist, diesen Frieden, diese Stadt des Friedens, Jerusalem im Herzen zu haben. Und er sagt, wenn ich dein vergesse, der Friedensstadt, dann soll meiner vergessen werden. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich dein vergesse, Jerusalem. Wenn ich nicht den Frieden, den Gott dort schenkt, zulasse, dann habe ich kein Anrecht an dieser Stadt. Ich will aber doch daran denken, denn dort kommt mir Gott entgegen. Wir lesen und lasen in dem Text, dass plötzlich, als Jesus durch einen kleinen Ort kam, Richtung Jerusalem, von ferne zehn aussätzige Männer standen. Sie standen deswegen von ferne, weil sie nach dem Gesetz Außenseiter sein mussten der Gesellschaft, dass ihre Krankheit nicht eventuell noch andere ansteckt. Man durfte keinen Kontakt mit ihnen haben. Deswegen standen sie abseits. Die Krankheit hatte sie äußerlich so gezeichnet, dass sie auch unansehnlich waren für die anderen Menschen. Aber auch innerlich geprägt und innerlich verkrampft. Sie litten große Qual innerlich. Aber bei all dem hatten sie irgendeine Hoffnung im Herzen. Sie sahen und sie hörten, dass dort Jesus von Nazareth vorbeikäme. Und sie hörten ja auch von ihm, dass er heilt, dass er Wunder tut, dass er Menschen froh macht. Und sie hofften auf die Barmherzigkeit Gottes durch ihn. Äußerlich gesehen war ihr Zustand hoffnungslos. So wie manchmal auch das Leben des Einzelnen, vielleicht auch unter uns in manchen Phasen recht hoffnungslos aussieht. Manchmal sprechen die Einzelnen das auch aus. Bei mir geht es überhaupt nicht weiter. Ich versinke in diesen Problemen, die mich umgeben. Äußerlich alles hoffnungslos. Aber wir dürfen nicht unterlassen, im Glauben die Barmherzigkeit Gottes zu erwarten. Nicht die Barmherzigkeit der Menschen. Der natürliche Mensch hat keine Barmherzigkeit. Er hat sie nicht so, dass dem anderen echt geholfen wird in der Seele. Es muss die Barmherzigkeit Gottes sein, die wirklich dem Menschen dient und hilft. Diese Aussätzigen, sie taten etwas, was vielleicht viele Menschen auch tun, wenn sie ihr eigenes Leben betrachten. Sie riefen laut, dass die Leute in ihrer Umgebung das hören konnten, dass sie unrein sein. Komm mir nicht zu nah, ich bin unrein. Manche rufen das nicht so laut über ihrem Leben, aber sie denken darüber nach. Ja, was bin ich denn bloß für ein Mensch? Ich habe diese Ecken und Kanten. Am liebsten würde ich das alles so ausrufen, wer ich wirklich bin. In der Schrift steht ja, wie der Herr Jesus auch sagt, eigentlich müssten manche rufen, ich bin ein Mörder, ein Brudermörder. Ich bin ein Ehebrecher. Ich bin ein Dieb. Ich habe über andere schlecht geredet. Ich bin ein Lästerer. Das müsste ich ausrufen als Unreiner. Ich bin auch ein Geiziger und ich möchte gerne beachtet werden. Ich bin aber auf der anderen Seite auch ein Ungehorsamer den Eltern gegenüber und undankbar bin ich auch. Ich bin auch ungeistlich und ich habe keine Liebe. Ich bin lieblos. Unrein, unrein, unrein. Ich bin gar nicht versöhnlich. Ich bin ungütig. Verräter bin ich auch. All diese Worte stehen in der Heiligen Schrift, was uns verunreinigt, was uns eigentlich quält, auch wenn wir es nicht immer zugeben, was uns quält. Aber im Herzen schreien wir darüber und sagen, Herr, das bin ich. Das bin ich. Und sie riefen aber ihre Unreinheit in Richtung Jesu aus. Nicht einfach nur so in die Luft, sondern sie riefen sie besonders stark aus, weil Jesus vorbeiging. Sie erhoben ihre Stimme, heißt es. Ja, sie haben das nicht so leise vor sich hin gesagt, sondern sie glaubten, dass es einen Gott gibt, der barmherzig ist, der uns reinigen kann von dieser Unreinheit. Und in diesem Glauben erhoben sie ihre Stimme und riefen ihre ganze Not aus. Sie wollten nicht festhalten an ihrem Zustand, sich nicht da rein ergeben und sagen, ich bin nun mal, wie ich bin. Ich habe nun mal so einen schlechten Charakter und jetzt muss ich mit dem schlechten Charakter leben. Nein, ich möchte ihn loswerden. Ich möchte Veränderung meines Lebens haben. Leider ist es ja oftmals so, dass auch viele Menschen wohl über ihr Leben klagen. Die Klagelieder können manchmal recht lang sein. Sie können viele Kapitel haben oder Bücher vielleicht sogar füllen. Aber man hört nicht bei dem Klagen heraus, dass sie von diesen Dingen frei werden wollen. Sie versuchen selber, sich daraus zu befreien und schaffen es nicht. Ich habe hier von Oswald Chambers eine gute Ausführung gelesen, wo er gerade darauf eingeht, wie Menschen doch versuchen, sich selbst zu befreien. Er sagt, ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann mich nicht zum Eigentum Jesu machen. Ich kann die Sünde nicht wieder gut machen. Ich kann Unrecht nicht recht und böse nicht gut machen und rebellisches kann ich nicht unter Gottes Herrschaft bringen. Ich kann das nicht. Das alles kann nur Gott allein. Glaube ich an das, was Jesus getan hat? Er hat die Sünde wieder vollkommen gut gemacht. Bin ich gewöhnt, mir das immer wieder bewusst zu machen? Das Notwendigste für uns ist nicht, die Dinge zu tun, sondern die Dinge zu glauben. Die Erlösung durch Christus ist nicht zuerst eine persönliche Erfahrung, sondern die entscheidende Tat, die Gott durch Jesus getan hat. Und darauf soll ich meinen Glauben aufbauen. Wenn ich meinen Glauben auf eigene Erfahrung aufbaue, führt das zu einem völlig unbiblischen Leben, einem einsamen Leben, indem ich mich nur auf meine eigene Vollkommenheit konzentriere. Menschliche Vollkommenheitsbestrebungen sind gefährlich, weil sie nicht auf dem Sündopfer Christi beruhen. Sie stützen und nützen nichts und isolieren uns nur. Gott kann sie nicht gebrauchen und den Menschen sind sie lästig. Alles, was du erlebst, musst du mit Jesus erleben im Glauben. Wir können nichts tun, was Gott gefällt, wenn wir nicht bewusst auf dem Fundament des Sündopfers Christi aufbauen. Das kann ich nur unterstreichen und sagen, ja, Bruder, du hast recht. Wir brauchen den Glauben an das Werk Christi. Wir reden unsere Not vor ihm aus und glauben, dass er uns hilft. Als Jesus diesen Ruf hörte, unrein, 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 sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Er sah in das Herz dieser Männer, die da glaubten, dass Gott in Jesus ihnen helfen kann. Geht hin, zeigt euch den Priestern. Lasst die Menschen prüfen, ob euch geholfen worden ist. Wir könnten auch so sagen, für unser persönliches Leben, lasst die Menschen draußen uns prüfen, ob wir Kinder Gottes sind, ob wir von der Unreinheit rein geworden sind oder ob wir genauso handeln wie vor unserer Bekehrung. Lasst die Menschen prüfen. Ich weiß, man kann sich leicht aufregen, wenn einer in der Welt etwas Schlechtes über uns sagt. Aber wir sollten einfach darüber nachdenken, ob er nicht recht hat. Vielleicht hat er einen Punkt gesehen, der nicht sauber ist, der noch unrein ist. Lasst uns diese Prüfung annehmen. Zeigt euch den Priestern. Und sie gingen hin zu den Priestern und wollten sich prüfen lassen, ob sie wirklich rein geworden sind. Und während sie das taten, auf dem Wege, wurde ihnen die Reinheit zuteil. Während sie willig waren, auf den Weg des Herrn zu gehen im Glauben, während sie willig waren, sich prüfen zu lassen, wissen, ob ihr Leben durch Gott eine Veränderung erfahren hat. Während sie glaubten, Gott kann alles verändern, wurden sie frei von dem Problem. Es gibt so einen wunderbaren Satz, den ja viele Evangelisten und Prediger auch geprägt haben. Gott löst nicht deine Probleme, sondern er löst dich vom Problem. Vom Problem. Du merkst plötzlich, das Problem ist gar nicht da. Obwohl es vielleicht doch noch da ist, äußerlich gesehen. Aber innerlich kannst du überwinden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt und die Feinde überwunden hat. Das ist das wunderbare Evangelium, das uns geschenkt ist, darin wir stehen dürfen. Sie taten also im Glauben, was Jesus sagte und die Hilfe stellte sich ein. So wird es auch bei uns sein. Wenn wir im Glauben sagen, danke, Herr, dass du mich erlöst hast, dass ich der Sünde nicht dienen muss. Du hast den Loslösungspreis für mich bezahlt. Ich will dir folgen. Werden wir Kraft bekommen, der Sünde dem Bösen zu widerstehen. Denn Jesus trug auch für dich und für mich sein Kreuz, aufgeladen mit deiner und meiner Schuld. Er wurde Lastenträger für uns. Er trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Die Strafe für Sünde lag auf ihm. Wir sollten dadurch und haben auch gefunden, Frieden finden. Das war das Ziel. Jerusalem, Friedenstadt, Frieden finden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. All das, was uns quälte, ist uns abgenommen. Nun dürfen wir frei sein. Das Wichtige ist, und da sagt uns natürlich auch der Text etwas, was uns manchmal auch abhanden kommen kann. Das ist der Dank. Der Dank, tägliche Dank dafür, in der Freiheit bestehen zu können. Es kamen nur neun. Neun waren auch gesund geworden. Es kam nur einer zurück. Und Jesus sagt, da waren doch eigentlich zehn. Wo sind die anderen neun? Die danken nicht. Einer kam zurück und sagte, danke, danke. Ich habe durch den Glauben erfahren, dass deine Worte wahr sind. Du hast dich meiner erwarnt. Zehnaussätzige bedeutet ja auch Erdenfülle. Es sind alle Menschen. Wir könnten sagen, ein Zehntel aller Menschen kommt nur zurück und dankt Gott. Wann habe ich das letzte Mal Gott gedankt für die Befreiung, die er mir geschenkt hat in Jesus Christus? Unser Leben soll doch froh sein. Es soll mit Frieden durchzogen sein. Es soll keine Furcht mehr beherbergen. Die Qual, die auf unserer Seele ruhte, soll weg sein. Wie geschieht das? Indem ich doch danke. Freudig kam dieser, der gerade auch ein Samariter war und nicht ein Vertreter des Volkes Israel, zu Jesus zurück und sagte, danke. Und was sagt Jesus zu ihm? Dein Glaube hat dir geholfen. Dass du jetzt gesund bist, ist darauf zurückzuführen, dass du mir geglaubt hast. Nicht, dass du mich erforscht hast. Du konntest nicht wissen von deinem Gedanken her, ob ich das Richtige sage. Aber du hast geglaubt. Du hast geglaubt, dass ich der Messias bin, dass ich dir helfen kann. Und ich habe es ja auch gesagt, dass ich es tun will. Und du bist dadurch geheilt worden. Der Glaube wird ja in der Heiligen Schrift uns in wunderbarer Weise, in vielfältiger Weise auch dargestellt. Wenn ich nur erinnern darf an dieses wunderbare Kapitel 11 im Hebräerbrief, was dort alles durch Glauben und Vertrauen zu Gott möglich geworden ist. Allein das ist schon ein großes Wunder, dass Noah Gott geehrt hat durch Glauben. Und er tat etwas Widersinniges in den Augen der Menschen und baute ein riesiges Schiff. Im Glauben. Und er selber hatte kein Anschein gehabt, dass es regnen würde oder dass eine Flut aufkommen könnte. Aber er glaubte. Und dieser Glaube rettete ihn in die neue Welt hinein. Dieser Glaube. Oder Abraham. Da heißt es ja auch, durch den Glauben wurde er gehorsam und zog in ein Land und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben. Und doch hat er dann erfahren, das ist ein wunderbares Land, das ist die Städte, die Gott meiner Nachkommenschaft zubereitet hat. Einfach durch den Glauben. Er hat es vorher nicht gesehen. Er ließ sich rufen. Oder Sarah, wo es heißt, durch den Glauben empfing sie noch ein Kind in ihrem hohen Alter. Nicht, weil sie das verstand. Weil sie einfach sagte, wenn Gott mir diesen Zuspruch gibt, muss das stimmen. Ich glaube ihm einfach. Ich glaube ihm, dass er mich segnen wird. Wenn er das verheißt, wird es geschehen. Und so geschah es auch. Und auch viele andere Glaubenshelden werden uns hier vorgestellt, die so wie Abraham auch das Beste einfach hingaben. Das merkt man erst, wenn man wirklich im Glauben Dinge tut, die man zwar nicht versteht, aber die auf Gottes Wort hingetan werden, dass sie richtig sind. Abraham opferte im Glauben seinen einzigen Sohn, den er lieb hatte. Er ging hin und wollte ihn töten, schlachten. Wir Menschen sagen mit unserem Kopf, das kann doch nicht sein. Gott wird doch nicht fordern, dass das Kind da getötet wird. Das war sicher nur ein Bild. Das steht ja gar nicht so in der Bibel. Doch, doch. Abraham war bereit, mit dem Messer seinen Sohn zu schlachten. Im Glauben. Weil er wusste, Gott hält immer sein Wort. Er kann auch von den Toten erwecken. Im Glauben. Erfuhr er das. Hätte er es nicht gemacht, hätte er gesagt, nein, nein, das mache ich nicht. Wir haben ja jetzt diesen verheißenen Sohn, den kann ich doch nicht töten. Das kann doch gar nicht sein. Dann hätte er nie erfahren und nie eine Glaubensstärkung gehabt, wie Gott handelt. Und wir sollen auch unser Leben Gott ganz ausliefern. Er wird uns segnen. Es ist ja unter anderem auch noch ein ein Text angegeben in einem Losungsbuch, auch von dem Glauben von einer Frau in Syrophenizien, wo Jesus ja hinkam nach Tyrus und Sidon. Und da war eine kananäische Frau, die schrie auch zum Herrn und sagt, bitte erbarme dich doch über meine Tochter, sie wird von bösen Geistern geplagt. Und Jesus gab ihr erst die Antwort, dass man und den Jüngern, es ist nicht gut, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt. Ich bin ja eigentlich nur für die Schafe des Hauses Israels erst mal gekommen. Aber sie sagt dem Glauben doch, es gibt ja Hündlein, die fressen die Brotkrumen, die vom Tisch fallen, von dem Tisch ihrer Herren. Und da sagte der Herr Jesus, dein Glaube ist groß. Dein Glaube hat dir geholfen. Deine Tochter ist gesund. Dein Glaube. Einfach vertrauen. Vertrauen. Und das gilt auch uns persönlich, liebe Geschwister, dass wir jeden Tag auch Danke sagen für das, was Gott für uns getan hat. Dass es nicht heißt, ich habe dich doch frei gemacht von deiner Schuld. Wo bist du? Wo sind die Neuen? Warum sagst du nicht Danke? Warum wendest du dich wieder deinem eigenen Leben zu, als ob es das Neue nicht gäbe? Als ob du keine Befreiung erfahren hättest? Du sollst doch gesandt werden als Zeuge in diese Welt. Und das steht uns auch zu, wenn wir in die neue Woche gehen. Wir sollen Zeugen dieser Gnade sein. Die wichtigste Entscheidung für unser Leben war und ist die Begegnung mit Gott in Jesus Christus. Und wir können es auch heute für uns ganz persönlich neu festmachen und sagen, ja, Herr, ich will die Tage der kommenden Woche ganz verbindlich mit dir in dem neuen Leben leben. Du hast mich befreit. Danke dafür. Du hast zu mir gesagt, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Darum heißt es auch in einem Lied so schön einladend, sag ihm doch alles, was dir fehlt. Sag ihm alles, was dich quält. Denn nur er allein kann deine Hilfe sein. Nur in seinem teuren Blut wird dein Leben neu und gut. Darum gib auch ihm dein Herz und lass ihn ein. Lebe im Glauben und in der Entscheidung für Jesus, der dein Friede ist. Amen.